Lang erwartet ist dieser Moment endlich da. Viel Spaß beim Rennen. Zu dieser Stunde live am Mikrofon begrüße ich euch. Wer nach der dritten Runde zuerst im Ziel ist, der gewinnt heute. Immer wichtig ist ein Blick auf den Energiepegel. Gut so ein Booster, wenn man einen hat. Das Geld kann er bestimmt gut gebrauchen. Sammelt Items, um schneller zum Ziel zu kommen. Hier gibt es ein paar typische Kurven, die nicht immer Vollgas fahren. Heute leider nicht gewonnen, vielleicht beim nächsten Mal. Das muss besser werden.